Musik Danke. Ja, also es ist nur eins. Ich finde, das Tempo ist so, dass man den Eindruck haben könnte, man ist froh, dass derjenige abreißt. Das soll es nicht sein, denn es ist pianistisch ausgezeichnet. Also ich muss wirklich sagen, wie sie die Terzen da herauflaufen und so, das muss man gehört haben. Aber eben etwas mäßchen. Schwer würde ich das. Und dann bei der Einleitung das Klebewohl-Thema. Lebewohl 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 Lebewohl